Meine Damen und Herren, wir verlassen jetzt sozusagen das Gerechtigkeitsthema. Erstmal, wir kommen am Ende dann nochmal darauf zurück und wenden uns jetzt einem neuen Themenschwerpunkt zu, in diesem Kapitel neue Systematisierung der Nachhaltigkeitsdimensionen. Zunächst wollen wir uns in Episode 1 mit der historischen Hinführung zur Dreidimensionalität beschäftigen, um es gleich vorwegzunehmen, die nicht ganz konfliktfrei war. Die Dreidimensionalität wird noch nicht so lange eigentlich international anerkannt, beziehungsweise man hat hier noch nicht so lange einen Konsens hinsichtlich dieser Dreidimensionalität. Und da möchte ich Ihnen zunächst erstmal aufzeigen in dieser Episode, wie es dazu kam und wie es dann auch zu diesem internationalen Konsens einer Dreidimensionalität gab. Also zunächst in dieser Episode historische Hinführung zur Dreidimensionalität und dann kommen wir in Episode 2 zur Verwendung der drei Säulen in Wissenschaft und Politik. Wie ging man damit um? Und da kann ich Ihnen dann auch so ein bisschen noch aus eigener Erfahrung mit Projekten berichten, wie wir in der Wissenschaft sozusagen damit umgegangen sind. Episode 3 dann wieder eine Diskussion zu den beiden anderen Episoden, wo wir dann auch wiederum einige Themen nochmal aufgreifen wollen und etwas vertiefen wollen. Dann komme ich als nächstes zu den Lernzielen. Lernziel 1, Sie haben erkannt, weshalb der Ökologie beziehungsweise den Ökosystem im Kontext nachhaltiger Entwicklung lange Zeit eine herausragende Position zukam. Man könnte auch sagen, eine dominante Position zukam. Lernziel 2, Sie können die wesentlichen Merkmale der drei Säulen, des drei Säulenkonzeptes aufzeigen und erläutern. Und Lernziel 3, die ökologische Modernisierung durch den technisch-ökonomischen Fortschritt ist für die ökologische Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Diese Erkenntnis können Sie begründen. Soweit zu den drei Lernzielen. Und dann kommen wir auch schon zur Gliederung. Auch hier wieder eine recht übersichtliche Gliederung. Zunächst die Einführung, dann die kontroverse ökologisch dominiertes Konzept versus drei Säulenkonzept. Dann schließlich die Begründung, warum hatte die Umweltpolitik lange Zeit eine Dominanz? Warum wurde ja eine Dominanz zugemessen? Und dann schließlich einige Schlussfolgerungen. Einführung. Bedeutung der ökologischen Dimension. In einigen Ansätzen kommt der Natur bzw. den Ökosystemen als Lebens- und auch als Wirtschaftsgrundlage der Menschheit eine zentrale Bedeutung zu. Das hatte ich schon auch in früheren Ausführungen angedeutet und ich werde Ihnen das nachher nochmal ausführlicher begründen, wie es dazu kam. Die ökonomische und soziale Dimension, sie werden dabei der ökologischen Dimension so zugeordnet, dass der Umweltschutz ökonomie- und sozialverträglich zu gestalten ist. Das heißt also, wir haben im Mittelpunkt die ökologische Dimension und sollen hier dann die ökonomische und soziale Dimension ökonomie- und sozialverträglich anpassen. Das heißt also, wir haben nicht dann die Dreigliederung, wie wir sie dann später nochmal näher kennenlernen, sondern wir haben eigentlich eine eindimensionale Betrachtung. Und das würde bedeuten, dass wir von dem Primat der Ökonomie zum Primat der Ökologie übergehen bzw. in der Vorstellung von einer Reihe von Vertretern, stark ökologisch orientierten Vertretern, sollte diese Veränderung eben in diesem Sinne stattfinden. Weil, wie ich an anderer Stelle auch schon erläutert habe, die Umwelt die Lebensgrundlage sozusagen der Menschheit ist, was ja auch völlig richtig ist und was gar nichts zu bestreiten ist. Ökologische Überlastungen sind im Gegensatz zu vielen ökonomischen und sozialen Entwicklungen oft nicht mehr reparabel. Wir haben es jetzt gerade gesehen oder erkannt, dass die Verschuldungskrise uns lange anhaftet und immer noch anhaftet und auch in Zukunft die Rückzahlung von Schulden, die der Staat aufhäufen musste, um die Banken zu stützen und das Ganze, um es nochmal zu sagen, von den Steuerzahlern zu finanzieren ist, überwiegend zu finanzieren ist. Daran werden wir lange tragen, aber irgendwann werden wir das auch wieder in eine Art Gleichgewicht zurückführen oder diese Schulden dann eben auch abbezahlt haben. Insofern ist diese Krise ein Beispiel dafür, dass sie uns lange anhaftet, aber nicht für alle Zeiten anhaften muss, während, um es nochmal klar zu sagen, natürlich der Klimawandel nicht rückgängig gemacht werden kann, nicht reparabel ist in dem Sinne. Rangvolle ergibt sich daraus, die Natur ist ohne die Menschheit überlebensfähig. Die Menschheit ist aber nicht ohne ein funktionierendes Ökosystem oder ohne funktionierende Ökosysteme überlebensfähig. Insofern sehr schön formuliert, die Natur für sich kann gut auskommen und könnte viel besser letztendlich auskommen, wenn es uns Gattung Menschen nicht geben. Und in dieser Perspektive haben wir das, glaube ich, zum Teil jedenfalls noch nicht so richtig erkannt. Die Natur, die Ökosysteme sind die Voraussetzung von Produktion und Konsum und wenn sie eben nicht mehr funktionieren, dann stellen wir damit auch die Produktion und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen eben in Frage. Kontroverse, die sich daraus ergibt, aus dieser ersten Orientierung, ist natürlich ein Einsäulenkonzept versus ein Drei-Säulen-Konzept. Um es nochmal ganz kurz aufzugreifen, warum ein Einsäulenkonzept, weil wir dann eben das Primat der Ökologie in den Mittelpunkt stellen und die die ökonomischen und sozialen Prozesse sozusagen daran anpassen, aber eben nicht als eigenständige Dimensionen oder als eigenständige Säulen. Und das hat historische Gründe, die im Prinzip im Jahr 1970 mehr oder weniger angefangen haben oder Anfang der 1970er Jahre angefangen haben, indem die Umweltbelastungen in zunehmendem Maße auch wahrgenommen wurden und auch als bedrohlich wahrgenommen wurden, hatten wir diese Neuorientierung sozusagen. Das bedeutet also, dass in den 60er Jahren noch, wenn Sie das in Filmen oder so sehen, die 60er Jahre ja noch sehr stark durch den auch Wiederaufbau und Wiederaufkommen der Bundesrepublik Deutschland geprägt waren, auch ökonomisch. Man wollte wieder auch konsumieren und so weiter. Und wenn die in Anführungsstriche Schornsteine rauchen, dann war das eben etwas Positives, weil die Wirtschaft dann florierte und Wachstum erzeugt wurde. Und plötzlich wurde erkannt, dass unsere Gewässer, Fließwässer, Flüsse, aber auch unsere stehenden Gewässer in einem ausgesprochen schlechten Zustand waren. Ich selbst habe in den 70er Jahren in Konstanz hauptsächlich studiert, also am Bodensee. Und damals kann ich mich noch gut erinnern, wie plötzlich ein praktisch Aufschrei durch die Region ging über die schlechte Qualität des Bodenseewassers und dann wirklich sehr viel getan wurde, auch zwischen den Anrainerstaaten. Und das Bodenseewasser heute eine ausgesprochen gute Qualität hat. Und vielleicht nur ganz kurz am Rande heute ganze Delegationen aus Japan, aus China und anderen Ländern an den Bodensee reisen, um zu sehen, wie war es möglich, dass an einem See, wo mehrere Länder liegen sozusagen, es möglich war, dass man sich auf diese Qualität wieder hochgearbeitet hat. Aber das nur am Rande. Umweltpolitik bekam als neuer Politikbereich eine entsprechende Bedeutung. Und das führte zunächst eben zu der Kontroverse Ökonomie versus Ökologie. Natürlich durch das Aufkommen einer eigenständigen Politik oder eines eigenständigen Politikbereiches der Umweltpolitik wurde natürlich jetzt die Umwelt sehr aufgewertet. und es kam die Frage, wie passt denn das zusammen? Auch meinetwegen Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik, Wachstumspolitik und Umweltpolitik. Es ging um die Frage, ob wirtschaftliches Wachstum auch zu einem Wachstum der Umweltprobleme führt. Und ganz klar durch das Aufkommen natürlich auch des Berichtes an den Club of Rome 72 war, gab es eine zunehmende Gruppierung in der Bevölkerung, die eben sehr wohl auch die Auffassung vertreten haben, wirtschaftliches Wachstum führt auch automatisch zu mehr Umweltproblemen. Je höher das Wirtschaftswachstum, umso höher dann auch der Anstieg der Umweltprobleme. Grundlegende Erkenntnisse. Erste Publikationen weisen darauf hin, dass wirtschaftliches Wachstum nicht per se zu einer Verschärfung der Umweltbelastung führen muss, was aber eigentlich eine Position war, die eindeutig zwischen den Stühlen angesiedelt war. Auf der einen Seite hatten wir nämlich die ganz große Zahl der Ökonomen, die eindeutig die Auffassung vertraten, wir brauchen mehr Umwelt, Entschuldigung, wir brauchen mehr Wachstum und dementsprechend natürlich auch eine aktive Wachstumspolitik immer eingefordert haben. Und auf der anderen Seite hatten wir die Vertreter, die eben diese Befürchtung hatten, durch mehr Wachstum kommt es auch zu mehr Umweltbelastung und insofern war man mit dieser Position, die dann auch so ein bisschen untergegangen ist, das wirtschaftliches Wachstum nicht grundsätzlich zu einer Verschärfung der Umweltbelastung führt, eher schon damals, ja, wie gesagt, zwischen den Stühlen und wurde nicht wirklich protegiert sozusagen. Und dann kam es zu Nachhaltigkeit als internationales Leitbild. Auf diese Konferenz möchte ich nur noch mal ganz kurz hinweisen, nicht näher eingehen, wo natürlich dann auch das Thema der Umwelt noch mal neu und sehr pointiert aufgekommen ist. Es folgten Konferenzen, Weltkonferenzen, die hatte ich auch schon erwähnt, Weltbevölkerungskonferenz, Weltsozialgipfel-Klimakonferenz, wo dann auch noch mal deutlich wurde, Weltbevölkerungskonferenz, natürlich werden dadurch auch die Umweltprobleme steigen. Also nicht nur durch mehr Wachstum, sondern eben auch durch eine steigende Weltbevölkerung werden die Umweltprobleme steigen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die sich sehr stark der Umwelt und dem Umweltschutz zugewandt haben, hier noch mal auch bestärkt wurden in ihrer Position. Die Umwelt wird langfristig überfordert sein, wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung haben, wenn wir weiterhin wirtschaftliches Wachstum haben, etc. Aber auch durch den Weltsozialgipfel, wie sollen wir mit Armut umgehen und so weiter, kam natürlich genauso dann später ganz stark durch die Klimakonferenz das Umweltthema noch mal in den Fokus. Und noch mal wurde dadurch eben, wie gesagt, diese Position gestärkt, sicher auch verständlicherweise gestärkt, dass unsere Natur, unsere ökologischen Systeme langfristig kollabieren könnten. Und ich denke, dieses Bild, das hier auch rechts unten auf der Folie ist, zeigt das noch mal, dass eben der Verkehr, der ständig zunehmende Verkehr hier auch einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Es rückten auch andere Themen, wie das Bevölkerungswachstum und andere soziale Probleme und Spannungen verstärkt in den Mittelpunkt. Aber, wie gesagt, es wurde dabei eben auch immer gesehen und immer diskutiert, welche Konsequenzen haben diese Probleme eben auch für die Umwelt. Nun, zunächst kommen wir auf das Drei-Säulen-Modell. Und hier können wir feststellen, dass mögliche Konflikte zwischen den verschiedenen Ansprüchen kaum aufgelöst werden können. Das war so die Auffassung, dass wir hier drei Säulen haben, aber wie kann man hier diese Probleme, die hier anstehen, dann auch gerade zwischen der ökonomischen und der ökologischen Säule aufheben bzw. verringern. Beispiel Zielkonflikte zwischen dem Schutz der Umwelt und einer betrieblichen Produktionsausweitung beziehungsweise eines Ausbaus von Straßen führt eben zu Trade-offs, führt eben zu mehr Umweltbelastungen. Und insofern sah man eigentlich keine rechte Möglichkeit, sozusagen diese Zielkonflikte wirklich auch im Sinne des Umweltschutzes aufzulösen. Weitere Kritik? Ungenügend ausdifferenzierte Vorstellungen sind ein Grund dafür, dass die drei Säulen unverbunden nebeneinander stehen. Darauf komme ich dann in der zweiten Episode nochmal zurück, wo ich Ihnen das näher erläutere, was damit dann auch gemeint ist. Was bedeutet das für die Forschung? Eine Zusammenführung und Abstimmung der drei Dimensionen fehlt, zumindest in diesem Zeitraum, teilweise auch in einer Reihe von Forschungsvorhaben. Und das ist natürlich auch heute in der Forschung ein wichtiger Punkt. Das heißt, wie können wir diese drei, ich möchte mal jetzt nicht mehr nur von Säulen sprechen, sondern eher von Dimensionen, wie können wir sie zusammenführen, wie können wir die drei Dimensionen aufeinander abstimmen, dass wir das Ziel nachhaltiger Entwicklung auch tatsächlich zu einem neuen Gleichgewicht kommen, beziehungsweise ein neues Gleichgewicht anstreben, wo eben dann bei alle drei Dimensionen entsprechend mit vorkommen. Ja, und dann kam es eben zu der Frage der Gleichrangigkeit der drei Säulen. Und das führt zu einer Nivellierung, wodurch die Bedeutung der Ökologie zu wenig Bedeutung zukommt, so die Kritiker. Das heißt also, diese Gleichrangigkeit der drei Säulen wurde lange Zeit abgelehnt und es gibt nach wie vor Vertreter einer sehr starken ökologischen Orientierung, die diese Gleichrangigkeit ablehnen, weil sie sagen, wenn wir jetzt wieder Ökonomie und Ökologie gleichrangig sehen und betrachten, dann kommen wir aus dem ökologischen Problem, aus dem Problem des Umweltverbrauches letztendlich nicht heraus. Und dies führt dann eben langfristig zu einem Kollaps ökologischer Systeme. Das ist auch so ein bisschen die Position der Vertreter der starken Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel auch der Vertreter der ökologischen Ökonomie. Sie fordern die Dominanz der ökologischen Ziele sowohl auf theoretischer als auch auf normativer Ebene zu verankern. Das ist, wie gesagt, nach wie vor eigentlich eine starke Position der ökologischen Ökonomie, die aber auch insbesondere der Vertreter eines Wachstums oder der Wachstumsgegner sozusagen, also der Postwachstumsvertreterinnen und Vertreter, genauso natürlich wie der Vertreter des Degrowth, die entweder ein Nullwachstum fordern oder sogar in den Industrieländern einen Rückgang von Wachstum fordern. Insofern hat sich die Gleichrangigkeit lange schwer getan und gilt eigentlich erst heute so richtig in der internationalen Community als ein Konsens. Der aber nicht, um es klar zu sagen, der nicht von allen so akzeptiert wird. Begründung des Drei-Säulen-Konzeptes oder Drei-Dimensionen-Konzeptes. Dafür gibt es zumindest zwei Begründungen, warum wir doch eigentlich eine Gleichrangigkeit der drei Säulen beziehungsweise Drei-Dimensionen anstreben sollten, anstreben können. Erstens, die Verantwortung für Gerechtigkeit erfordert die Einbeziehung und Zusammenführung der drei Nachhaltigkeitsdimensionen. Das Ziel dabei ist, ein Gleichgewicht zwischen den drei Dimensionen herbeizuführen. Das möchte ich sehr betonen, weil ich diese Position auch wirklich selber vertrete. Wir wollen eben ein Gleichgewicht zwischen den drei Dimensionen herstellen und das bedeutet, dass wir natürlich akzeptieren müssen bei diesem Gleichgewicht, dass die ökologischen Systeme nicht beschädigt werden dürfen oder dass die ökologischen Systeme nicht irgendwo in eine kritische Phase kommen dürfen, sondern die ökologischen Systeme müssen natürlich in diesem Gleichgewicht auch gesichert sein. Das bedeutet also auch ein Gleichgewicht der ökologischen Systeme. Zweitens, die Sicherung des menschlichen Daseins besonders hinsichtlich zukünftiger Generationen und der zu vermeidenden Risiken erfordert auch ökonomische und soziale Ressourcen als Basis einer Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, im Rahmen der intergenerationellen Gerechtigkeit müssen wir eben auch in diesen ökonomischen und sozialen Dimensionen und vor allem mit den ökonomischen und sozialen Ressourcen diskutieren, wie wir das den zukünftigen Generationen entsprechend zur Verfügung stellen, entsprechend den Bedürfnissen, ihren Bedürfnisbefriedigung auch zur Verfügung stellen können. Insofern denke ich, gibt es sehr wohl Gründe und Begründungen, warum wir zu einer Gleichrangigkeit der drei Dimensionen kommen, um es aber nochmal klar zu formulieren. Dabei geht es natürlich auch ganz explizit darum, dass die ökologischen Systeme hier eben mit in ein Gleichgewicht hineinkommen und damit eben auch langfristig unsere Produktions- und Konsumgrundlagen erhalten bleiben. Da gibt es ganz interessante Situationen, die ich natürlich auch selber hatte, weil ich mit dieser Gleichrangigkeit an Podiumsdiskussionen auch oft angegriffen wurde. Ich kannte natürlich die Argumente hier schon und ich hatte mal eine Begegnung mit der Wirtschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz darüber, die lange Zeit auch, das ist ja eine Vertreterin aus der Grünen-Partei und sie hat mir dann auch gesagt, ja, also sie hätte sich jetzt auch inzwischen mit der Gleichrangigkeit beschäftigt und sie würde das jetzt inzwischen auch akzeptieren. Das war eine ganz interessante Begegnung mit ihr. Sie hat das in einer offenen Podiumsdiskussion kundgetan und wir erleben auch, dass natürlich in Umweltverbänden diese Position auch in zunehmendem Maße akzeptiert wird. Also diese Dreidimensionalität wird auch in Umweltverbänden zunehmend akzeptiert. Manche sprechen auch von vier Dimensionen, das hatte ich vorhin schon auch ganz kurz angedeutet. Teilweise wird entweder noch die politisch-institutionelle Dimension oder die kulturelle Dimension als vierte Dimension hinzugefügt, was sich allerdings international nicht durchgesetzt hat und was ich auch im Prinzip nicht für sehr sinnvoll halte. Erstens, wir können die kulturelle Dimension sehr wohl auch in der sozialen Dimension mit verankern. Das ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Während die politisch-institutionelle Dimension eher eine steuernde Dimension ist, die hier in dieser Dreidimensionalität eigentlich nicht so richtig mit reinpasst. Fazit. Es lässt sich feststellen, dass die Kontroverse bis heute anhält, obwohl sich auch auf internationaler Ebene das Drei-Säulen- oder besser das Dreidimensionen-Konzept weitgehend durchgesetzt hat. Wenn Sie sich heute die internationale Literatur auch zur nachhaltigen Entwicklung anschauen, so können Sie hier eben wirklich feststellen, dass diese Dreidimensionalität akzeptiert ist, auf breiter Ebene akzeptiert ist und alle wichtigen Forschungsprojekte und so weiter eigentlich immer von dieser Dreidimensionalität ausgehen. Ganz kurz jetzt noch zur Dominanz der Umweltpolitik. Als Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gerade auch in Deutschland festgestellt wurde, dass eben die Umweltprobleme deutlich zugenommen haben und dass dieses Denken des immer mehr Wachstums und des Prosperierens, des wirtschaftlichen Prosperierens nicht unbedingt so weiter durchgehalten werden kann und dann eben auch eine staatliche Umweltpolitik in Deutschland aufkam, die zunächst erst mal angesiedelt war im Innenministerium und später kam es dann erst zu einem eigenständigen Umweltministerium. Da ist man erschrocken. Und es gab natürlich dann auch viele Menschen, die diese Umweltprobleme sehr emotional erlebt haben. Und vielleicht kennen Sie das von Bildern, wo dann ja auch Umweltverbände, eine Umweltpartei und so weiter aufkam, die am Anfang noch sehr emotional sicher argumentiert hat und ja, das auch als Bedrohung empfunden hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann und was eigentlich für alle nachvollziehbar sein müsste, dass das als Bedrohung empfunden wurde und dass es dann Menschen gab, die sich dafür engagiert haben, dass sich das ändert. Ich glaube, das ist sehr gut verständlich und war auch gut rückblickend, dass es eben dann diese verschiedenen Bewegungen über Umweltverbände und so weiter gegeben hat. Und daraus erklärt sich auch in Deutschland zumindest der Begriff, der dann aufkam, einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung. Man hat damals noch nicht so sehr diesen Begriff der nachhaltigen Entwicklung, sondern einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung verwendet und zwar dann auch zum Teil gleichgesetzt mit dem Begriff Sustainable Development. Damit wird deutlich der umweltgerechten Entwicklung, dass man das eben sehr stark auf die ökologische Dimension hin fokussiert hat. Es kam dann eben, wie gesagt, zur Umweltschutzpolitik, die dann auch zum Teil dazu führte, dass man nicht mehr nur von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen hat, sondern von einer ökosozialen Marktwirtschaft sprach und das gibt es heute noch für Einigungen, die diese Begrifflichkeit so weiterführen, ökosoziale Marktwirtschaft. Was ist zu beachten? Auch in einer ökosozialen Marktwirtschaft weist die Ökonomie tendenziell eine Dominanz auf. Und die ökologische und soziale Dimension ist nachrangig. In der sozialen Marktwirtschaft war die ökonomische und soziale Dimension nie gleichrangig, sondern es stand immer die ökonomische Dimension im Vordergrund und die soziale Dimension, ich möchte es etwas mal provokativ sagen, die soziale Dimension war immer mehr oder weniger eine Reparaturwerkstatt der ökonomischen Dimension. Und so würde ich das auch sehen in der ökosozialen Marktwirtschaft und insofern präferiere ich eigentlich auch diese Begrifflichkeit der nachhaltigen Entwicklung. Unterschied zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Wir können hier feststellen, dass in Industrieländern sich natürlich die Situation anders verhält und wir hier in der Diskussion über eine nachhaltige Entwicklung sicher weiter sind als in Entwicklungsländern, weil dort natürlich in den Entwicklungsländern die ökonomische Dimension sehr viel ausgeprägter ist und es für Entwicklungsländer auch schwieriger ist, hier auf den Weg einer nachhaltigen Entwicklung einzuschwenken. Ich erlebe das in vielen Entwicklungsländern, in denen ich relativ regelmäßig bin, in den letzten Jahren vor allem in Indien und Vietnam, wo eindeutig Wachstumsraten noch im Vordergrund stehen. Und man hat zwar in Vietnam beispielsweise eine Strategie der Green Growth entwickelt, aber auch da geht es natürlich um die Frage, wir wollen weiterhin Wachstum haben und wie können wir das einigermaßen umweltverträglich gestalten und ausgestalten dann. So können wir also feststellen, dass in Entwicklungsländern diese Diskussion noch nicht in dem Maße stattgefunden hat. Wir erleben auch in Entwicklungsländern die Situation so, dass wir bei Weitem noch nicht die Umweltverbände haben, die wir meinetwegen in Deutschland oder in anderen europäischen und sonstigen Industrieländern haben und damit natürlich der Marktmechanismus primär auf die Förderung des wirtschaftlichen Erfolges abstellt und der Marktmechanismus eben noch nicht in einem Art Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft ausgerichtet wird. Problem, der Marktmechanismus, das sollten wir uns vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen, weist von sich aus zu wenig Anreize oder manche sagen auch gar keine Anreize im Hinblick auf ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln auf. Es handelt sich ja auch, und das ist in dem Begriff hier auch mit enthalten, es handelt sich um einen Mechanismus, der von Akteuren gesteuert wird, dieser Mechanismus. Und Unternehmen, die sich auf dem Markt befinden, nehmen den Marktmechanismus wahr. Da geht es um Angebot und Nachfrage. Aber wie es um Angebot und Nachfrage auf dem Markt geht, das ist natürlich im Wesentlichen den Marktakteuren sozusagen überlassen. Und insofern können wir vom Marktmechanismus nicht erwarten, dass der ökologisch ökologisch oder sozial nachhaltig ausgerichtet ist, sondern da ist natürlich der Staat, die Regierung, natürlich auch die Civil Society, die Gesellschaftsorganisationen mitverantwortlich, das dann in diese Richtung stärker zu lenken. Schlussfolgerung. Dreidimensionalität. Ich komme jetzt zurück. Betrachtet man sich die historische Entwicklung, so kann man feststellen, dass die Beziehung zwischen ökonomischer, ökologischer Dimension zunächst im Pintelpunkt stand. Wir können sogar, um es noch mal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, sagen, es hat sich dann in zunehmendem Maße die ökologische Dimension zumindest für viele Verbände, für viele Menschen erst mal in den Mittelpunkt gestellt oder wurde in den Mittelpunkt gestellt. Insofern hat dann eben die ökologische Dimension erst mal besondere Aufmerksamkeit erfahren, was sicher auch vollkommen richtig war und was die Problemstellung dadurch natürlich noch mal auch verdeutlicht hat. Es war eine, um es auch noch mal zu sagen, eine sehr emotionale Auseinandersetzung auch zwischen Ökonomie und Ökologie, aber das hat sich ja dann doch in, finde ich, sehr gute Bahnen lenken können. Das wird heute noch nicht in der notwendigen Klarheit und Konsequenz wahrgenommen, dass die ökologische Dimension eben oder die ökologischen Systeme als Lebensgrundlage absolut notwendig sind und das sollte vor allem auch zum Beispiel von Unternehmensverbänden noch deutlicher erkannt werden und auch positiv sozusagen besetzt werden. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Umweltpolitik seit den 1970er Jahren im Kontext nachhaltiger Entwicklung eine Klaradominanz aufweist, zunächst erst mal, was sich dann eben zunehmend in diese Dreidimensionalität kanalisiert hat. Wobei, wir müssen ganz klar sagen, dass auf der Rio-Konferenz diese Dreidimensionalität von 1992, diese Dreidimensionalität auch noch nicht in vollem Maße präsent war. Die hat sich dann wirklich erst in den 90er Jahren so herauskristallisiert und dazu hat man dann eben in den 90er Jahren auch einen Konsens gefunden. Dabei sollte man sich bewusst sein, dass die Erhaltung, wie gesagt, lebenswichtiger Ökosysteme entscheidend dafür ist, die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, aber auch den Konsum in der gewünschten Dimension aufrecht zu erhalten. Richtig. Und dennoch kommen wir auch bei dieser Aussage immer wieder zu dem Punkt zurück, dass es auch in diesem Kontext möglich ist und auch gefordert werden sollte, dass wir eben zwischen diesen drei Dimensionen zu einem wirklichen Gleichgewicht kommen, wobei natürlich das Gleichgewicht der ökologischen Systeme eine ganz herausragende Bedeutung spielt. Aber es sollte eben möglich sein und angestrebt werden, dass wir in dem Kontext dann auch zu einem Gleichgewicht zwischen Ökonomie und Ökologie, aber auch der sozialen Dimensionen finden. Nun komme ich abschließend zu den Aufgaben für das Selbststudium. Begründen Sie die Relevanz der Dominanz der ökologischen Nachhaltigkeit, die eben lange Zeit durchaus gegeben war. Erläutern Sie zweitens die eigentlichen Ursachen für die Kontroverse des ökologisch dominierten Konzepts gegenüber dem Drei-Säulen- oder Drei-Dimensionen-Konzept. Und drittens, welche Empfehlungen würden Sie aus der Kontroverse zwischen ökologisch dominiertem Konzept und dem Drei-Säulen-Konzept Politikern für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie mit auf den Weg geben. Das sind die Fragen und abschließend dann eben wieder auch Literaturquellen, wo Sie diese Episode nochmal etwas vertiefen können. Vielen Dank. Vielen Dank.